Und da sind wir schon wieder Wo Ding? Ich dachte immer mein Aufhänger, ich glaub's ja nicht Such dir mal was eigenes Nö Du lootest meine Mops, ich nehm deinen Standardspruch Ah ja, das war ja easy Könnt ihr mal bitte auf mich warten? Nö Ich bin nicht der Schnellste Ich bin doch nur ein Schamane Wir sind Gärtner Wir haben hier ein Unkraut Bei Brot, hau das doch freiwillig ab Das Unkraut? Ja Scheiße, der ist Vegetarier, weg, weg, weg Ja Okay, du bist kein Vegetarier mehr Die wollen halt nicht gegessen werden Oh mein Gott, der war Vegetarier Weg, 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 weg So, fertig Mach nix Na, mir fehlt irgendwie so noch so ne eine Nymphe befreit Ja, da musst du das Fest-Item machen und die nicht unboxen Ja, sehr schön Fertig Mini-Org Juhu Ich bin Mini-Rig Ich bin Mini-Rig Wir müssen doch da oben Berg-Elementare töten Ja Aber ich melde jetzt erstmal für Koren an Koren-Düsterbräu Juhu Ja Oh, ich darf heilen Oh Gott Brodi, du stürmst Mit Ansage Grocher Gott Ja Vor allem Ich war letztens auf dem Dem-Konzert Brodi Ach, echt? Mega geil Was ich glaube Oder auch Was ich ein bisschen schade fand, war der Auftritt von Mails Weil von dem kannte kaum einer die Songs Von seinem Album Aber der hat da Herz und See da reingeschickt Und ich bin nicht auf Heiler umgeswitcht worden Ich bin trotzdem die D Ja, das ging mir auch so Ja, das hab ich aber jetzt gerade erst bemerkt Das hast du schon angesprochen Erteilt die haben keinen Heiler Brauchen wir nicht Das sagst du Aua Heilung, Heilung Ich heil nur den Denk Das geht schon Ich heil nur den Denk Wenn er schreit Morell, wie siehts aus? Brauchst du Heilung? Gut so Jetzt verleidete langsam Erstmal ein schönes Schluck Bierchen nehmen Ich hab nie einen Heap gekriegt Alter! Geh weg! Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot Nein, 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 nein Boah, nicht mehr mehr einen dabei, der irgendwie über Über einem gewissen Level ist Boah, hier gibts ne Quech? Boah, ich hab ein Schmuckstück bekommen Boah Ja, das ging ja schnell Boah Wie lange geht die Scheiße jetzt bis 80, na? Jo Bis 18? Bis 80 Bis 80 Ja Über Zeit, dass man Level Squish kommt So, ich verkaufe erstmal eine Runde Wer noch jemand verkaufen Ich will jetzt mal umskillen wieder Ich glaube, ich weiß, was ich mache mit dem ganzen Gold, was ich hier vor Oh, ich hab auch noch ein Schmuckstück, das wollte ich kann Was hat mich denn jetzt hier umgebracht? Die Wache vielleicht Hier ist ne Wache Ja, du bist über die Allianz geflogen, Alter Was ist mit dir? Tatsächlich Wollt ihr nicht erst mal Die Schmuckstück Könnt ihr mich wiederbeleben? Pfff Nö Du hast den Geist freigelassen, sorry Was hättest du sonst denn sonst gemacht? Sonst hätt ich dich gerätzt, hab ich vorhin schon gesagt Hm Und sonst geht das ja nicht mehr Dann lass erstmal die Berge Ich hab' einen Aufnahmenbeweis, du Also Ich bin safe So Vor allem ist das, was mir aufgefallen ist, dass Cinderlari ist echt riesig Ja, riesen, kam nichts mehr Die sind echt riesig, hab ich gesagt Ich hab' schon nicht gesagt Ah ja Ich hab' Spracheaktivierungen drin, ich hab' nicht gesprochen Haha, ich komm' hier nicht raus Dretz mich mal Ich kann mich nicht dretzen, den Krieger Morell, wenn mich irgendwas angreift, du musst spotten Komm mit Ich kann nicht spotten, das ist nicht der Weister Du musst das lustig jetzt aufnehmen, wenn ich auch sterbe Ich hab' dir aber Haha Der du liegst, oh ne Der liegt hier drin Wieso, du kannst doch einfach den Berg hoch Ja, da, genau Das ist auch so weit Ach, pappala papp Ich seh mich hier runter Geh ganz nicht Oh, da rennt was hoch Oh ne, ich muss mich pvp machen Auch noch Ich bin jetzt pvp gemacht Nein Hahaha 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 Ihr seid extra Hahaha 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 Wie hast du dich? Wie hast du dich? Mir fällt krass was ein Ich komm ja ganz einfach mit Vanish raus Hahaha Die seh dich, das sind Wachen Das glaub ich nicht Du kommst da nicht weg Ja, ich komm überall weg oder und wir reden Ihr mach doch schon Haha ICH W African Ich wollte nur nen kleinen schritte Warte wischen bei echt kommen Hahaha 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 Die sheh Ihr seid Föhn units Dich komm ich nie wieder retz Wärts �峰 Tor усп wearing Mach doch Mach doch Ne 克 Ich Und tschüs ich hab's leben daraus geschafft war ja mal runter als danke ich hab sechs von acht aber ich glaube ich bin jetzt mittlerweile raus das ist voll kacke und ich weiss du was passiert halt vor dir nicht wahr deswegen hasse ich retailen classic wie mir das nicht passiert das stimmt da kann ich nämlich nicht geben wir schon mal die sporen ein frion wo die bisher immer da ich kann immer in fünf sekunden wiederbeleben das ist so geil schön mit dir ich war dann mal hier sind noch elementare für dich proti rennet ja das dachte ich würde sagen wir lassen den zur strafe die alleine töten gucken zu ja vor meinem haus ist gerade eine was ist das ist das ein drache mal gucken es ist eine schlange eine giftige noch horn schlange ich muss sie mit meinem zauberstab vertreiben ich habe sie mit meinem zauberstab vertreiben wo die maße eigentlich und bleibt nur ich kill elementare ich habe extra für dich hier gewartet wo die elementare sind aber nö du machst dein eigenes dinge blackjack und noten ja weil ich stehe kann man das eigentlich was gegen sagen da hat auch noch raus gefehlt cox und noten nein ich gehe ich gehe lieber ein poketisch das ist ein originalzitat von bender bending rodriguez von wehen moderne elfen genau wenn helfen helfen genau die kosme kosme und wander kolossal phänomenal irgendwas die zauberung sich daraus na klar ich töte wilde alle das funktioniert gar nicht muss doch töten sorry meint weder und die wo bleibst du denn drüge der stopp wird doch pass auf wir hatten wir schon mal für dich aus naja er kommt mir zur hilfe er macht mal was richtig nachdem er 20.000 mal gefühlt gestorben ist jetzt kann es sich auch noch heilen alles muss dir selber machen wenn ich würde sagen wo die könnte mal verbände einpacken wo die morgen morgen abend dann star wars ich muss mal gucken wie es mir morgen geht ja das lässt sich auch noch mal gelten aber dann ist auch morgen also muss dann auch morgen mit krank schreibung anmelden also natürlich kann man einfach so fehlen vom stream also es geht nicht ich muss also am samstag auch noch beim umzug dann helfen würde ich nicht machen die augen leute steckt sind das waren die halt wirklich ja und ich verbreite keine wochen morgen im büro ich dachte ich dachte machst du machst alte um was um was nach ja das auch mein job ist sehr vielseitig das klingt so auf so vielen ebenen falsch das korrekte zitat ist übrigens unpassend wo dies klingelton ist auch immer wenn auf arbeit ist knall diese schlampe die ganze hör auf die modi so werde ich ja ich glaube ihr das von morellis ich glaube auch ich muss hier und dann sind wir noch weiter legt sich hin denn ich habe ein stehen und du musst dich auch mal zwischendurch bin ich dabei bin ich gerade mein leben hoch tickt hoch oder runter hoch oder runter runter und du denkst du bist schön anzusehen leg dich hin denn ich habe ein stillen die alle dame denkt sich bei brodi bloß gma bier holen wirst schon wieder aber dafür kannst du nicht weder lesen noch schreiben noch was anderes lesen was ist das schreiben kann man das essen ich glaube jetzt muss ich den hüter noch mal ich kriege anrufen nach der hüter mit der erinnerung gutes buch guter füllen ganz nur empfehlen oder was machst du denn schon wieder quest abgeben oder was ja und level abmachen ah ja so die akka klappen güte habe ich eben auch so wird umgebräst ja da ist er nein wir nicht töten jetzt können wir ihn töten ja das kann man so gelten dann würde er denn wo er hat gepult bin ja auch tank roti ist mehr so die darf das ist jetzt übrigens finde ich ganz gut dass du die staffel immer aktuell gucken kannst das ist toll wo sauf park punkt de glaube ich sogar ich glaube schon immer ganz sicher aber da kannst du auf jeden fall dieses auf park staffeln legal gucken kostenlos vor allem das hört man ja sehr gerne ich habe gerade eine hand angerufen schatz meine freund hat mich gerade angerufen ja deine hand links oder rechts es ist ein weibliches wesen roti nur weil du deine hand als deine freundin siehst kann ich nix dafür ja ich hätte gesagt irgendwas ist passiert beim essen mit der familie keine ahnung geh mich nicht unter dich auf ich ahne nix gutes sie haben gegessen dann dann nein die soße war kalt es war so ein so ein dinner krimi oder die antike soziere ist runtergefallen auch nicht noch mehr kordula koh god bitte nicht meint du grund lagausa nicht kordula die sind nicht kordula eine von den dieser schiller straße ist das damals willkommen in der schiller straße hast du irgendwo ein briefkasten da gibt es hier einen verkäufer im verkäufer moment bitteschön verkäufer ist da habe eingefunden komm her ich habe die besseren verkäufer ich habe den kopf war kein taschenplatz wo die doch aber auch der geht irgendwann mal zur neige vor allem ich finde das mini-mammut cool so lokomas horn testen klingt irgendwie pervers würde ich sagen was auch ein bisschen der wert ist ja theoretisch am ende der episode sein könnten macht gut bis dann tschüss und pudding